Vaishnava-asana ist die Bezeichnung für eine Gruppe von Asanas, die dem Vishnu heilig sind. Vaishnava ist eine der drei großen Traditionen des Hinduismus. Es gibt die Vaishnavas, die Shaktas und die Shaivas. Und in klassischen Hatha-Yoga werden manchmal die Asanas aufgeteilt in die sogenannten Brahma-Asanas, die also besonders mit Brahma zu tun haben, Vaishnava-Asanas, die mit Vishnu zusammenhängen, Shaktas-Asanas, die mit der göttlichen Mutter in Verbindung stehen, Raudra-Asana und Shaiva-Asanas, zwei Gruppen von Asanas, die mit Shiva zu tun haben. Raudra-Asanas sind die Asanas, die mit dem zerstörerischen Aspekt Shivas zu tun haben und Shaiva-Asanas, diejenigen, die mit dem freundlichen, gütigen Aspekt Shivas zu tun haben. Jetzt geht es aber um Vaishnavasanas. Raffaela zeigt vier Asanas, die als Vaishnavasanas bezeichnet werden. Da gibt es zunächst einmal Nrasimhasana, der Löwe. Denn Vishnu ist insbesondere auch der Narasimha und so ist Narasimhasana ein Vaishnavasana. Eine zweite ist Garudasana. Garuda ist das Reittier von Vishnu und Garudasana, der Adler, gehört zu den Vaishnavasanas. Dann gibt es Naga-Asana, das ist die Kobra, die auch als Vaishnavasana bezeichnet wird. Denn Vishnu ruht auf der Kobra. Und es gibt auch eine andere Variation von Nagasana, das ist eben Anantasana. Das ist die seitliche Unendlichkeitsstellung, die auch als Adisheshasana bezeichnet wird. Auch für die anderen Aspekte von Vishnu, in seinen Inkarnationen gibt es Asanas. Es gibt Matsyasana für Vishnu als Fischinkarnation. Es gibt Varaha-Asana, die Wildschweinstellung. Es gibt dann auch noch Vamanasana, die Zwergenstellung. Und Kurmasana, die Schildkrötenstellung. Und so gibt es eine ganze Menge Asanas, die du auch als Verehrung für Vishnu ansehen kannst, die also zu den Vaishnavasanas gehören.